Wenn die Energie nicht reicht, dann holen wir uns noch einen Zweten. Wie lang ist denn das Weizenfeld? Neun, oder? Nein, mal nein. Du hast bestimmt was Falsches eingegeben. Soll ich auftanken? Nein. Knochenmehl, ja. Knochenmehl musst du mal ja machen. Hab ich. Guck mal. Hä? Wo packst du das Weizen da hin? Das speichert da, da drin. Das bleibt in ihm selber. Gut. Genau. Gut. 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 bauen wir noch mal einen zweiten geothermal generator hier hast du schon mal 6 refined iron mal 6 irgendwo noch können wir dann auch mal eine mining title bauen irgendwann mal gib mal refined iron ja bitte was soll ich dir geben ach kriegst du bau du mal einen geothermal ich heb schon mal da platz aus meine schalter genau wie sonst war immer so das war bei euch noch eine stund und genau so sturmort sagt verkabe hast du noch zehn irgendwo eins ist ansonsten das ist das wasser so gut wie gar nicht mehr zum einschmelzen haben wir so mein geotamal einmal ein stack gummi die wir wissen ich bin fertig wird in geotamal okay ausgang nach hinten das war nicht in das wochen ist so dass ich habe das rausgekriegt aus dem script box aber kann die ersten gründen ich habe hunger was genau war das was für essen dosenfutter dafür brauchen wir aber die kenning maschine und dann können wir dosenfutter draus machen wie weit bist du moment das muss man ja nicht verstehen Hast du Glas? Oh, was ist denn hier so laut, ey? Hast du den Minecraft-Zone an? Ja, ich hab einfach nicht voll laut geteckt. Hast du noch, äh, 4, ne Quatsch, 2 MT-Zellen? Gib mir mal ein bisschen Zünder nass. Hab ich schon. Okay. Moment, Moment. Moment, Moment. Zellen waren es, oder? Ja. Ja. Danke. So, da ist auch schon Lava drin, das ist gut. Wenn dein Bäder funktionieren, dann sollte genug Strom kommen. Wo bist du? Was? Wir haben keinen Strom mehr. Okay. 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 Das war's. Vielen Dank. 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 So, jeder kriegt jetzt hier zwei Eimer voll. Ach, drei, weil es so schön ist. Vielen Dank. So, ich brauche schon wieder Bambus oder soll ich was anderes reinschmeißen? Was? Wir bräuchten wieder Bambus oder soll ich Bambus? So, ja, Moment. Okay. 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 Ja, der größte Teil, den wir jetzt hier machen, übernimmt der später eh das Lager-System. Ja. Ja. Okay. 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 Ja. Okay. Vielen Dank. So Leute, ich würde sagen, das war es erstmal und wir nehmen dann nächstes Mal wieder auf. Also bis dann. Ciao. Ciao.